Ja hallo, hier ist wieder Klaus im Dunkeln. Klaus ist wieder vor dem ETS 2. Ich spiele wieder beim Profil Klaus, der ist jetzt bei 28 mittlerweile und wir sind gerade in Finnland angekommen und ich möchte vielleicht in absehbarer Zeit in Finnland der Filiale aufbauen, weil das ist ein Land, das ich noch nicht so gut kenne und da möchte ich dann ein bisschen mehr erkunden. Ja also Finnland. Ja das war die Sache, ich habe jetzt gerade der Naturkuh an den Lieferung hingepackt und ich stehe momentan noch in Turku. Jetzt schauen wir mal die Aufträge an, was wir in Turku für Aufträge bekommen. Da steht also Turku. Was wollen wir denn da hinfahren? Von Turku aus? Ja Vilnius. Wo ist das? Das ist da unten. Und da will ich nicht hin. An die Town. Aber in Finnland möchte ich auch in die Town fahren. Die Town ist ja der Horror bisher gewesen. Was haben wir noch? Tomaten. Ja. Ich könnte noch nicht von Finnland, äh von Riga machen nach Finnland oder haben wir nicht irgendwas innerhalb von Finnland. Da haben wir was. Das sagt die. Lacht die. Lacht die. Da muss 21 Uhr. Guck mal. Kann ich um die Zeit da noch fahren. Stockholm, Stockholm. Was ist das? Was ist das? Das sind die Schweden. Das wäre dann auch mal eine Fähre. Auch wieder eine Fähre nach Schweden. Computerprozessor für Handy, so wie Investor als. Also. Lacht die. Interessant. Lacht die. Hat sie gesagt. Wollte ich vielleicht mal ausprobieren. Das war Tampere. Pori. Und so ähnlich. Also Lacht die. Da hab ich neulich einen Film gesehen mit einem Kommissar. Und ähm. Der sich so eine neue Methode angewendet hat. Eine Gedächtnis Trainingsmethode. Und den fand ich gut im Film. Und der hat sich versetzen lassen von Helsinki nach Lacht die. Und hat dann mit den Osten gut zusammengearbeitet. Mit Petersburg und so. Den fand ich gut. Und deswegen ist mein einziger Bezugspunkt jetzt zu Finnland. Wo soll man hier eine Filiale machen? Vielleicht dort oder dort. Wo hat man mehrere Möglichkeiten. In Helsinki vielleicht. Welche Möglichkeiten haben wir von Helsinki? Okay. Wenn ich in Helsinki bin. Kann ich wohin fahren? Nach Kalmar. Was sind das hier überhaupt für eine Langatur hier? Nach Gelsa. Nach Gelsa. Nach Gelsa. Nach Trebemünde. Nach Trebemünde. Könnte sein. In Helsinki. Nach Trebemünde. Könnte ich sein oder? Auch wenn es das hier bin. Einmal eine Paukunde. Und ja. In Paukunde. Wo ich sag mir mal. Oh! Oh ja! Bis dann in Polonja. Memphis. Mit DC weltweit sind ja in destinations. Ich muss mal das Bild in den Kopf wegmachen, so, Helsinki heißt dann Kapska, nee, Deutschland haben wir nicht, oder sehe ich jetzt hier verkehrt, Palski, nee, Deutschland haben wir nicht, aber Gott gab und Salam, in Kopf in Peskopf, Zurde Athenien, Zurde Athenien, wo kommt der Name nochmal, Zurde Athenien, den habe ich auch noch schon gehört, Zurde Athenien, ja, was haben wir hier, Petersburg, mein Interessant wird wahrscheinlich übersetzt, Uppsala, ja, also, ich bin jetzt mal da, ich möchte von dort nach Tempere fahren und nach Lachti, ich möchte nach Lachti fahren, da schaffen wir vielleicht heute noch Lachti, sechs Tonnen, da, nee, von Turku nach Lachti, die machen wir, richtige Tour, wollen wir mal sehen, ob wir das in der Nacht in Finnland schaffen, aber nach Tour in Finnland, wann muss ich da sein, die warten das 2.45 Uhr bis 6.45 Uhr morgens, Zeitfenster, und wir haben jetzt nur, habe ich noch eine Stunde Zeit, bis das abläuft, okay, stellen wir das mal ein, weil sie sind noch von der scharfen Auto noch, dann fahren wir jetzt hier von Turku, Und dann, warum, ist in Fall, muss ich jetzt meine zwei, die Töne, die Häusch kommt, okay, Okay, dann probiere ich meine Ose. Dann fangen wir raus, hat er jetzt die Aufkommung, die Touren, was hat er jetzt für ein Touren? Was bietet er an, der Hauptseller bietet er an, ne bauen wir nicht, bauen wir nicht, wir wollen die Nacht hier haben, ok, und so, bin drüber, dann fangen wir jetzt mal, also, find an in der Nacht, find an in der Nacht, das muss man ja rausfahren, jetzt muss ich jetzt mal zum Maafla dort, zum Maafla dort fahren, auch hier, okay. Demnächst links abbiegen, okay. geht schon, geht schon hier hin und nicht weiter fahren, hier ist aber das noch nicht, hier müssen wir nach links ab, um das tiefer abzuholen dann nach, nach die, und dann rechts abbiegen, biege nach rechts ab, demnächst links abbiegen, da ist ja gut, wo willst du mich jetzt hin, und weiter, hier ist vorne, vorne abbiegen, also wir sind zufrieden, ok, wir haben hier so Ampeln, aber kein Verkehr, denn nachts kann man vielleicht schon mal, ich erlauben mal rot durchzufahren, da war so rechts, ich möchte die Ware jetzt haben, da lacht die, immer geradeaus, da lacht die, ja, mach schon mal hin hier, also, wo bekomme ich die Ware, ich bin schon auf der richtigen Seite, aber ich muss gleich abbiegen, und da nutze mich über 10 Ecken, bis ich zum Ausladort komme, wieso gibt es hier so viele Ampeln? ich muss gleich nach links fahren, links halten, und dann links abbiegen, tja, wieder rot, ne, da haben wir auch viel verkehrt auf einmal, was haben wir jetzt hier kaputt haben, irgendwie, was ist hier los, ja, danke schön, danke schön, wir machen weg, macht es weg, ums, chitterige an der, also was war das jetzt hier, wir sind, wir sind, im Verkehrs, Autobahn ohne, mit kaputte Ampel, tja, Autobahn mit kaputte Ampel, ich wollte nur die Sachen abholen, aber, die Tür geht hier um, was macht ihr jetzt hier, wieso kommt mein Appel da dort nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, demnächst links abbiegen, ich denke, ich sollte hier, die Wahrheit abholen, biege nach links ab, ja, schön, ich kann es hier im Dunkeln, hier rumraten, wo der Abholort ist, auf dem Land irgendwo, ja, ich stimmt, ich weiß nicht, Leute, ich will die Einheiten, ich stimmt, ich weiß nicht, hab ich den Eindruck, auf dem Oktober, wo�� theencias, die Hammond und dak halbieren dann. Ich hoffe das ist wir nicht gern, woarl Sind. szczególst Kid, der Schenk transient sie angled. Schenk huntingt siegen. Schenkön, Ich hoffe das ist garantiert, Ok. Weiterfahren. Ok. Jetzt haben wir eine Nummer 26. Wenn ich hier ankomme, ist die Fahrt weg. Das sehe ich schon. Das hat er jetzt wieder ganz prima gemacht hier. Jetzt können wir sehen, ist die Hände warmer. Oder rechts. Biege nach rechts ab. Wie schön. Ok. Wo ist hin? Da ist er ab. Da ist er ab. Da ist er ab. Da ist er ab. Da denke ich. Und jetzt ist es abgelaufen. Noch nicht. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Jetzt glaube ich denke ich. Jetzt. Hier muss ich abbiegen genau. Wenn ich hier noch was bekomme. Und hat er die Tour noch? Da ist sie noch. Ja. 4 Minuten noch gehabt. Jetzt mal drauf. Wo ist die Tour? Da ist die Tour. Also müssen wir mal nach rechts fahren. Dann. Und. Dann. Sue die Dine. Da sind wir hier. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Okay. Auf geht's. Und dann kommen wir losfahren. Dann müssen wir hier losfahren. Mit der Tour. Und. Machen wir das hier drauf. Da sind wir ja. Und. Ähm. Da sind wir sehr recht runter. Da sind wir sehr recht runter. Dann müssen wir nach Lachty fahren. Okay. Immer geradeaus. Also Lachty könnte vielleicht meine Filiale. Meine Ort. Der Standort von einer neuen Filiale werden. Ich weiß nicht genau. Ob das jetzt. Ein optimaler Ort ist. Ja. Also es geht. Die Tour habe ich. Okay. Ein Stückchen weiter. Und. Ähm. Wie wir. Wie wir. Nach links ab. Da ist frei. Ich bin noch frei. Ja. Die kommen jetzt. In der Dunkelheit. Kommen die. Angerast. Aufs Anderer Seite. Und. Dann sießen sie nicht. Die Zeit habe ich auch keine mehr. Ich muss auch nach Lachty. Das sind doch die 280 Kilometer. Hab ich noch von mir. Und. 4 Stunden Zeit. 3 Stunden nochmal. Die Zeit erastet. Ja. Wenn die später kommen. Binnen später. Gibt's halt Abzüge. Es geht ja nicht darum. Dass ich jetzt. Hier viel Geld verdiene. Sondern es geht darum. Dass ich da. In Nacht. Mich bekannt mache. Und schaue. Wie mir das gefällt. Rechts abbiegen. Also jedenfalls war gut. Du komm. Biegen nach rechts ab. Okay. Hier. Und weiter. Also Verkehrssystem scheint. Hier auch schon. Zu funktionieren. Also. Mach ich mal nicht aus. Du siehst. Ich fällst. Bisschen besser. Ja. Wenn ich hier stehe. Dann brauche ich es. Bisschen besser. Hier. Ja. Rechts halten. Und dann. Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts nehmen. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Abbiegen. Also. Nach. Die. Demnächst. Rechts abbiegen. Das heißt. Hier kommt dann der Verkehr. Sind die ausgefahren. Und dann sparen die Strom einfach. Okay. Okay. So. Kann ich jetzt hier durchfahren. Siebzig hoffen wir. Ja. Ja. Also. Vorhin. Hatte gerade. Fett um die Hecke. Ich wollte auch schon mal reinfahren. Dann bin ich ein Stück vorgefahren. Dann hat er mich ramponiert. Ja. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Jetzt muss ich nach Nacht hier fahren. Nach dem Dunkeln auf der Autobahn geht er noch hier. Besser wie bei uns. Sag ich mal. Wird also wirklich schocken gelöst. Ja. Es ist ein bisschen hell im Himmel. Es war nicht wirklich hell. Aber. Nicht so schocken. So wie bei uns. Rechts halten. Und dann auswärts rechts nehmen. Die schwarze Nacht. Die müssen wir sehen. Okay. Nimm die auswärts rechts. Also die Autobahnen sind auch vernünftig gemacht hier. Kann man nichts sagen. Jedenfalls in der Simulation. Wir sind in der Wirklichkeit. Das weiß ich nicht. Okay. Bitte links halten. Hins halten gibt nicht. Weil. Jetzt wieder ein Unfall. Das heißt. Ich muss ihn wieder runter. Ich darf ihn nicht weiter fahren. Ja. Gut. Toll. Neue Route finden. Neue Route finden. Ich muss ihn runter und die andere Aufwand gleich wieder auf fahren. Wir können sie aber nicht auf fahren. Da unten ist auch schon eine Absperrung. Neue Route nach Lachtin. Rechts halten. Und dann auswärts rechts nehmen. Jetzt kann man wieder die Karussell fahren. Einmal Karussell fahren. Der Simulator nervt wieder. Einmal Karussell fahren. Und das wo ich keine Zeit habe. Weiß der in der Süche auch. Der macht das extra. Der macht das extra. Um mich hier in den Wahnsinn zu treiben. Rechts halten. Und dann auswärts rechts nehmen. Okay. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Wir werden nur testen, ob ich das drauf habe oder wie. Dafür gibt es dann die Erfahrungspunkte. Rechts halten. Und dann auswärts rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Nochmal Karussell fahren. Und dann stehen wir gleich wieder am Ursprungsort. Und bin dann nicht weiter gekommen. Hat er sich dann selber ans Klingel geschossen. Bitte links halten. Jetzt links halten. Dann sind wir schon. Ja. Das hatten wir vorhin schon. Jetzt sind wir wieder da wo wir frei auffahren. Da komme ich natürlich nicht weiter. Wenn ich jetzt die Durchfahr. Ich habe das letztes Mal gemacht. Ich habe den Schildern so vorbeifahren. Was haben wir jetzt hier? Kommen wir da vorbei. Kommen wir da vorbei. Kommen wir da vorbei. Kommen wir da vorbei. Okay, haben wir geschafft, haben wir geschafft, sind wir vorbeigekommen, dann können wir das... Ja, Tempere, ich muss nach Lachtin, nicht nach Tempere, jetzt haben wir schon 3,24, wie soll ich das noch schaffen, 200 Kilometer noch, ist ja nicht mehr möglich. Ja, oder ich müsste 200 Kilometer fahren, zwischen 4 und 6 Uhr war die Rede. Und, ähm, dass ich da auch mal Karossel gefahren bin. Okay, hier kommen wir später, ich muss halt da was abziehen, das ist meine Schuld, ich den Simulator in die Rechnung gestellt. Also auf der Lachtin, ja, das ist noch weiter süd-nördlich, immer geradeaus, ja. Jetzt haben wir 3 Uhr, haben wir gleich 4 Uhr, aber die Sonne geht gleich auf. Ja, ich sollte schon da sein, ich bin aber noch weit entfernt. Ja. Immer geradeaus. Ja. Dann kommt gleich wieder irgendwie so eine Drehung. Ich hab mich vorhin schon gewundert, dass er so friedlich war und mich da nach Tukru fahren hat, fahren lassen. Da war nur eine Unfallstelle. Ich hab hier mitten im Wald irgendwie, die sagte, ja endlich mal wieder Regen, endlich mal wieder Regen Leute ne. Ja. 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 Ich hab mich schon gewundert, wo der Hing bleibt. Tja. Es ist nur eine wichtige Liefung. Wir haben keine, keine dringende, oder? Eine wichtige Liefung, aber keine dringende. 60 weiter, weiter weiter, 170 Kilometer noch. Ich komm dem Ziel immer näher. Bis 6 Uhr hab ich glaub ich Zeit. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Hier rein, ne? Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Okay. Wiege nach links ab. Ich komm rein, ja. Ich hab grad dich hier. Wir haben Sonne, toll. Abendsonne und Regen und Dunkelheit. Das sind ja mehrere Spänen, das ist auf einmal hier. Wahrscheinlich hat ihn gestört, dass es bisher zu erhebungslos ging, den Simulator. Und jetzt kriegst du mal was reingehauen. Was haben wir da in der Eisenbahn? Sehr schön gemacht hier. Die Luftzugfahrerbahn zu uns. Gefällt mir. Sehr schön. Aber ich seh trotzdem hier nicht viel. Die uns kreuzt oder nicht kreuzt. Ja. Himmel. Blau. Hellblau. Dunkelblau. Verschiedene Blautöne. Wenigstens haben wir nicht viel Verkehr. Gut. Also das ist die dritte Tour heute. Ich hab heute Morgen eine Tour nach Die Moosch gemacht. Von Nordkopf aus. Dann hab ich, was war das gerade? Kunstwerk von Die Moosch. Dann hab ich eine Tour von Riga nach Turku gemacht. Und jetzt mach ich eine dritte Tour von Turku nach Lachti. Aber das, die Sonne wird immer eckliger hier. Das zu da noch der Regen, das ist ja unmöglich. Wenigstens haben wir nicht nur spielende Kinder hier in der Fahrbahn oder so. Dann muss man langsam. Langsam fahren. Rechtsabbiegen. Ja, okay. Dann biegen wir rechts ab. Jetzt. Gehen wir mal wo das. Siebsechtige Meter noch. Wir nähen uns zum Ziel. Wir nähen uns zum Ziel. Wir haben vielleicht nur eine kleine Zeitüberschaltung. 35. Wie Sie sehen, hier runter sieht sie aus. Wir sollen nichts mehr riskieren. Wir sind da. Wir sind da quasi am Ziel. Wir haben die Wahrheit hier hingebracht. Das ist wichtig. Das ist wichtig überhaupt. Und 10 Minuten früher oder später ist das egal. Das ist egal. Das ist eine wichtige Tour. Eine wertvolle Tour. Und dafür gibt es die Zusträge. Nicht für schnell fahren. Oder reisen. Also hier liegt jetzt in den Bergen. der Sitz? Die schlackt die. Musik schlackt die. Müsste weiter sein. Oder? Immer geradeaus. Sagt die. Okay, jetzt sind wir schon über der Zeit, wir sind schon über der Zeit, ja, genau. Weil das hätte ich erwarten, dass, wenn eine halbe Stunde später kommt, oder später, sagen wir im Land mit hohem Bildungsstandard, wenn sie das verstehen. Schau mal, wenn man es auf der letzten Minute abfährt, ne. Wir sind also nach Tiroa, wir sind da. 6,26. Zu spät zwar, aber ist egal. 6,26. Wie muss man jetzt hier hin? Wo ist die Ableitestelle? Ja, da ist sie, da ist die Ableitestelle. Sie sind also gleich da. Immer geradeaus. Sind hier Mitte noch. Immer geradeaus, okay. Wir müssen ein paar mal links, ein paar mal rechts. Aber keine Unfilm brauchen jetzt. Immer mit der Ruhe. Schauen wir gleich mal hier. Die blockieren das mal. Sehr toll. Dann machen wir noch eine Kuchen, eine Kuchenstänke gleich, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die wahre Heile ins Ziel gebracht. Dann haben wir die wahre Heile ins Ziel gebracht. Ja. Wie schätze ich schon links, rechts oder links oder wie? Links halten und dann links abbiegen. Dann gehen wir da vorne. Wir müssen links abbiegen, ja. Wir sehen hier auch. Dann gehen wir hier hoch, dann da wieder runter. Dann gehen wir mal links rechts abbiegen. Dann gehen wir links rechts abbiegen. Dann gehen wir links rechts abbiegen. Dann gehen wir links links abbiegen. Dann gehen wir links ab, dann gehen wir links hin hin und dann band mit links haben. Was ist das hier? Es ist hier eine Pfanne, ja. Was ist das hier für Püren? Bin ich hier gerade irgendwo angestürzt oder was hat da los? Was ist das hier für ein Missbrauch? Brauche ich hier so einen Schaden? Sieht so aus. Wieso bin ich hier hängen geblieben? Ich bin dann nur rechts rum gefahren. Links halten und dann links abbiegen. Ah ja. Da sind wir 46. Biege nach links ab. Ja. Was ist das hier für schief gelaufen? Habe ich gar nicht mehr bekommen. Ich wollte nur rechts rum fahren und dann... Was war dann? Dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Und dann hatte ich aber meine ganz kleine Straße. Also der nervt heute wirklich jeder. Der macht hinten. Kann man halt mal hinten. Oh, was ist der? Der nervt mich hier, der Typ. Biegge nach links ab. Hier rein, ja? Okay, dann sind wir da schon. Muss der reinfallen. Okay. Wir sind fertig. Ja, ich auch gleich. Ich auch. Okay. Wo ich springe? Ich bin in einem. Und ausgedeignet, sagt er. Ja. Ich bekomme volle Löhnung. Okay. Hab ich zwar nicht verdient, aber... 14.000. Okay. Fortfahren. Sehr schön. Können wir das auch beenden. Das war die Fahrt der Rote. Für morgen. Und dann war es das für heute erstmal. Okay. Und tschüss Leute. Macht's gut.